This could be us, so back to what I was saying This could be us, take us Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Zocker-Pad Und ja, wir Und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal Wir spielen zusammen Mad Games Tycoon 2 mit Bot Wie ihr seht, hier ist activated Wir machen ein neues Spiel, wir sind natürlich die Petty Games Unser Haupt, äh, äh Gott gibt's viel Malaysia, Alter Nein, wir gehen natürlich nach Deutschland Mein Spezialgenre Wird nachher Rollenspiel werden Wir spielen auf Mittel Das Ganze auf Normal-Arbeitsartig Anpassen Wir spielen auf Palm Beach Dort mit 91 Konkurrenten Und ich würde sagen Let's go Wie gesagt, das bin ich Ich hab' hier diese Perks genommen Ähm, Geos Bist automatisch Dann hab' ich fehlerfrei, äh, weil Mein Backsatzzeug ist somit Glück Kritische Arbeitsereignisse Hört sich häufiger auf Äh, medizinisches Wunder Äh, ich werde niemals krank Passt eigentlich auf Ich bin in der Regel Die bis vielleicht drei Tage mal krank Aber ansonsten gar nicht Und wir haben das All seine Mitarbeiter müssen Aufs Klo Das werde ich aber rausnehmen Wir machen dafür rein Ähm Führungsstil Weil wir können Aber wir machen Arbeitsteam Engine Explicate So, und dann würde ich sagen Go Skurril Wir machen An Äh, das lasse ich weg Äh Passt das schon Und Go Ja, Hinweis Na, medgamestack und 2 Danke für den Kauf Von medgamestack und 2 Ich bitte bedenke Dass das In der Early Access Version Noch viele Features fehlen Solange es unaufgewogen ist So wie Bugs Kommen können Wir wünschen dir Viel Spaß Dankeschön Let's go Ja, ihr seht Das ist unsere Karte So, da hier Ein Riesenteil, Alter Oh mein Gott Wo ist denn das Boah 92 Millionen Kann man Mal gönnen, ne Wir machen hier Erstmal eine kleine Äh Gediehene Äh Ähm Machen hier eine Äh Ist da Und da hier Schrei Ja, ich muss das Hälso Ja, ich muss das eigentlich Aktenspitze Heimer Heizung Sonnenblume Zwischenbild Sonnenblume Sonnenblume Gut Nicky Auch? Oder leh? 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 oder gratis am Hatscha Finigol Kühlschrank Hanse Kühlschrank Kühlschrank Heizung Kühlschrank 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 Waschbecken Händchen Heizung Ach ja Leute Schönes Leben hier Schauen wir rum Was wir haben Entwickeln Endspiel Aber Nennen wir Kars Ich bin mittlerweile So oft gespielt Dass ich die ganzen Dinge Eigentlich mittlerweile kenne Die ganzen Einstellungen für Spiele Packen rein die Pause Funktion Und den Einstellungen für Spiele Einstellungen für Spiele Das ist 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 einstellungen für Spiele Mal gucken wie weit wir da kommen Los geht's morgen Ab 16 Uhr Auf Twitch TV Zockerpad Zockerpad Ja Akas Paprika Versuch Wir haben Rennspiel Wir haben kein Rennspiel Wir nehmen aber IPEX Die haben eine Marktstrecke von 40 Und die haben nur eine Marktstrecke von 15 IPEX Auch wenn sie das Falsch Falsche Fanbase haben Es kommt immer wieder Freude auf Die aber nie besonders lange anhält Das Genre hat wirklich bessere Grafiken verdient Die Klasse ist unterdurchschnittlich Die Musik klingt als würde man endlos Fahrstuhl fahren An Belanglosigkeit kaum zu unterbieten Der Entwickler zeigt bei der Steuerung innumerative Ansätze Am Feinschliff mangelt es noch etwas Hardcore Fans des Genres sollten es probieren Alle anderen sollten es lieber doch meiden Das ist natürlich bitter Aber wir gehen rüber Zack Und wir erforschen mal Die nächsten Gameplay Faktos Er ist auch fehlerfrei Feierabend Faktos 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 Faktos